Eine kurze Time-to-Market, schnelle Reaktionszeiten, Flexibilität und dennoch 1A-Qualität. Der Schlüssel hierfür ist unsere digitale Wertschöpfungs- und Lieferkette. Von der Idee über die Entwicklung, Einkauf und Fertigung bis hin zu Vertrieb und Marketing. Wir arbeiten hier permanent an der Steigerung des Digitalisierungs- und Automationsgrades. Die Transformation unserer Produktion zu Industrie 4.0 ist ebenfalls Bestandteil unseres Handlungsfeldes 3. Wir vernetzen unsere Maschinen und erheben wertvolle Daten, die dann in unseren Prozessen Anwendung finden.